Hansa Rostock und der 1. FC Magdeburg trennen sich 0 zu 2. Eine ganz, ganz bittere Heimniederlage für die Hanseaten, die weiterhin auf Platz 16 stecken bleiben. Es ist natürlich auch für Magdeburg noch lange nicht durch, aber mit den drei Punkten steht man jetzt bei 36 Zählern. Und das könnte vielleicht eine kleine Voranscheidung sein, aber ich will mich da noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es war trotzdem heute eine sehr reif und erwachsende Leistung von Magdeburg. Beide Mannschaften wussten, sie müssen was holen, aber Rostock hat das irgendwie nicht verinnerlicht, habe ich das Gefühl. Und sind dann in den Rückschlag gegangen, Schuler mit dem 1 zu 0 oder 0 zu 1 in der 18. Minute für den 1. FC Magdeburg. Es wurde noch schlimmer, der nächste Nackenschlag kurz vor der Pause. Heber in der 40. Minute mit dem 0 zu 2. Rostock mehr als bedient, auch in der zweiten Halbzeit kaum Chancen. Das galt allerdings auch für Magdeburg. Beide Mannschaften hätten eventuell noch ein Tor erzielen können, aber es war ja nicht die chancenreichste Partie, aber das ist Magdeburg sowas von egal. Man steht jetzt bei 36 Punkten. Es ist insgesamt trotzdem eine mehr als verdiente Niederlage für Rostock, muss man einfach so sagen. Und Magdeburg hat das heute einfach souverän und erwachsen gemacht. So muss man im Abstiegskampf spielen, so muss man reagieren und so muss man mit Herz und Leidenschaft spielen. Ich will Rostock nicht absprechen, dass die mit Herz und Leidenschaft agieren, aber auf dem Platz merkt man da ehrlich gesagt im Moment gar nichts von. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao, haut rein!